und so zu einem neuen Video und wer hat das Spiel da was gerade eingewärmt haben auch wieder aufgenommen das muss wir das schon wegen haben wegen Musik wegen der um Copyright deswegen Prozent aber gehen wir jetzt lange Rede kurzer Sinn wir gehen jetzt wir fahren jetzt gegen Cops und der Gamer hat es auch dabei wir werden jetzt nicht verstehen weil wir es laut haben also wünsche ich viel Spaß und ich werde ab und zu mal pausieren wenn jemand was sagen sollte und das heutige Hashtag ist Hashtag Hashtag Level 7 auf putze ja erläutig haben das ist ein kleines Problem ich hab nicht auf Pause gemacht weil das ist einfach weil mein Controller leer ist ah und ähm ähm links ist äh GamerHD und rechts bin ich ne kleines bisschen leider mach ich da noch eben das ist ein bisschen übertrieben laut dreißig reicht so ha 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 ne noch ein kleines bisschen leiser sorry Leute kann ein bisschen dauern ja noch ein Cent ja so reicht ja so reicht ja so ist mein Freund in Ruhe da ich werde euch auch noch mal den GamerHD noch mal verlinken in der Videobeschreibung ha 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 und ihr wisst ja wenn ihr ähm wenn ich das so schreibt ihr dann Hashtag GamerHD dann gibt ihr drückt ja dann drauf und dann kommt ihr auf diese Seite dann müsst ihr nur das Hashtag wegmachen weil dann kommt ihr auf seinen richtigen Kanal hohoho so und da zahlt's du und da zahlt die Polizei wir haben uns verstanden boah boah hat kein Blick oder was und falls ihr mich vorher nicht verstanden habt Gamer ist links und LoL Gamer ist rechts da hab ich jetzt nicht drauf geachtet das ist schon kaputt oha ähm falls ihr fragt was es ist ähm er kann nicht aus dem Fahrzeug raus aber hat sein Fahrzeug dich beschädigt oder jedenfalls kaputt wenn die mich weiter so haben ist Maske auch kaputt aber ne jetzt haben wir diese langweilige Ödehau oder ich hasse diese Sau ja Fettsack kommt auf links auf links Leute gutes Deutsch kann ich ich glaube ich muss in den Deutschkurs für Kanada also für Kanada doch und da war ich jetzt nicht auf Beleidigung da gibt's auch so ein Video was soll ich euch eigentlich schon äh hab ich im letzten Video auch schon gesagt da ich was verlinken wollte aber ich hab's äh nicht mehr geschafft äh weil ich unter Zeitdruck war und hab ich mir gedacht ja hab ich dir mal das nächste Video auch und so und ja hhhhhh 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 und falls ihr fragt dieses Video geht nur so lange bis äh sobald wir einmal verkacken ist dieses Video dann auch schon zu Ende weil ähm das kann Ewigkeiten auch ein bisschen fertig sind deswegen ähm ja oder ich setz den Cut und äh wir sehen uns dann vor den zwei letzten Zielen wieder aber ihr wollt ja auch sehen was hhhhhh der Drift war gut der Drift war gut ich kann fliegen ich kann fliegen wuuh und Tipps und Tricks in die Kommentare hhhhhh 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 ja komm 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 doch nochmal fette Sau alter gar nicht bin falsch gefahren wuuhhhh hhhhhh 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 ich hab's vorhin auch gesagt äh kann ja sein äh ich bin ich bin ich bin mir nicht grad nicht mehr ganz sicher aber ich sag euch das toll nochmal vielleicht kommt nachher noch eine Folge War Thunder ich weiß es aber noch nicht ich kann es euch noch nicht sagen nein 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 wow pfff hab ich gefahren mit du Arscher alter ja reicht doch einmal Ramm reicht auch ach fette Sau bin tot ernsthaft ich lebe noch lull ihr kriegt mich niemals und bin tot ja ach Leute ey das ist nicht einfach vor allen Dingen wir spielen mit solchen PS3 Controllern weil wir spielen so auf der Playstation 3 nein 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 jawoll oh ne die haben die Fehlgeburten weil die haben so hässliche Lichter deswegen nennen wir die mal Fehlgeburten da das sei das Präsidium das sei ja nicht wegen Sachbeschädigung Idioten und ja und ja die Polizei kann man auch anzeigen die 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 oder was und ich lebe noch ich das alle enz Secret mit bis slash nano 1 aber das ist das ist der werfen noch nie geschafft haben der eine bis jetzt eine bis jetzt geschafft und so ist noch nie als geschafft ja leute das war es nur möglicher was sagen das war es für heute das ist zwar so sieben minuten aber joggt mich nicht einen kleinen witz noch am anfang am ende ich erzähle euch den witz und ihr schreibt in die kommentare ähm also ich erzähle euch den witz und ihr ich sagt ihr schreibt das ergebnis in die kommentare aber zuerst wart ihr richtig geschätzt habt oder nicht oder wir machen eine kleine schätzfrage draus ähm also ich stelle euch ein rätsel und ihr müsst die antwort in die kommentare schreiben das wollte ich sagen es hat morgens vier es läuft morgens auf vier beinen mittags auf zwei und abends auf drei beinen was ist es leute schreibt es in die kommentare lasst ein like und ein abo da ich verlinke euch den gamer hd noch und dann würde ich mal sagen ciao leute so ja Vielen Dank.